Wunderschönen guten Nachmittag hier aus Berlin und zwar aus dem Goals Gym. Wir sind wieder hier und zwar nicht nur ich alleine wieder, sondern wieder mit der ganzen South Berlin Dedication Crew. Die sind alle schon bereit. Da haben wir noch Yannis, Avra, Paolo, wir haben mich und wir haben auch hier die Guys von Berlin Badel diesmal mehr dabei. Ihr werdet sie später noch mit sehen. Wir machen heute eine Powerlifting Calisthenics Weightlifting Session hier heute beim Goals Gym in Spandau in Paus und auf dem Training. Viel Spaß euch damit! Du bist ein neues Gesichter, stell dich mal kurz vor. Hi, ich bin Yannis. Ich mache Weightlifting, Powerlifting, Calisthenics. Yannis ist anscheinend ein wichtiger Mann. Oh Bro, these are new, oder? Yeah man, this is the Fenix. SBD Fenix Edition. Matching to your Lifter Shirt. Almost, that's almost the right tone. But it matches the skin too. Ja, das war jetzt. Ja so. Ja, das war jetzt schon vor. Eine Person gesagt! Zahlen, vielleicht meine Carlonser. Gutes zu deine bore, du dich grünen, kannst du sein. Sauf einmal, du bist! Leute, du bist! Du bist! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Was war denn das jetzt? Die Versuche. Ein Festmast nachzuhalten. Ah, hit my hair. Ah, das ist hier. Das ist hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020